Willkommen in den nächsten Werkstätten. Dadurch, dass wir zu ClassicPartner gehören, als einer von 46 anderen Betrieben, ein unheimlich großes Netzwerk an Kontakten und anderen Experten, die auf dem Gebiet tätig sind und somit auch ein Austausch stattfinden kann bei Problemen oder bei Problemen mit der Ersatzsteilbeschaffung oder sonstiges, was eine normale Werkstatt in dem Umfang, normal in Anführungszeichen, also gar nicht leisten kann oder gar nicht zur Verfügung steht. Und natürlich auch dementsprechend das Background, alte Unterlagen, Schallpläne, Reparaturanleitungen, Werkzeug, was wie gesagt im Normalfall gar nicht mehr verfügbar ist oder auch nicht mehr zu kaufen ist oder nachzubeschaffen ist. Und da können wir eben auch zugreifen. Das Hauptaugenmerk bei uns liegt eigentlich auf Pflege und Wartung der Fahrzeuge. Also alles, was die Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, vielleicht auch eine Frühjahrsdurchsicht oder für den Winter für die einen Mottung fertig machen, das betrifft. Dazu kommt natürlich auch ab und zu mal ein Restaurationsobjekt, das in einer Garage oder in einer Scheune gefunden wird und das der Besitzer gern wieder fit gemacht hätte, den Kunden zu unterstützen, wenn sie H-Kennzeichen wollen oder wenn Gutachten gemacht werden sollen. Da stehen wir auch immer gern mit Rat und Tat zur Seite. Teileversorgung ist natürlich, soweit es geht und soweit beschaffbar, die Priorität liegt ganz klar auf den Originalteilen. Aber auch da gibt es halt auch Ausnahmen, wenn es nicht anders geht oder original keine Teile mehr verfügbar sind, dann greifen wir in dem Portfolio auch noch Adressen, wo wir Nachfertigungen oder Nachbauten und dementsprechend qualitativ hochwertigen Status kriegen, die wir verbauen können, die wir verbauen dürfen. Wir stehen eigentlich immer zu, wenn alle Fragen rundherum, auch wenn es um Kauf geht, um Schwachstellen oder Sachen, auf die man achten sollte beim Kauf. Wir schauen uns die Autos auch an, wenn ihr vorbeikommt, und sagt, ich möchte das Auto kaufen, guckt mal durch. Oder Grundbestandsaufnahme, was zu machen ist in nächster Zeit, auch dafür natürlich jederzeit gerne. Egal, was für eine Frage gibt, der André weiß grundsätzlich immer die Antwort.